Fangen wir mal an. Worüber könntest du sofort eine 30-minütige Präsentation halten? Das ist eine gute Frage. 30-minütige Präsentation halten. Ja, über Fußball, ne? Über Fußball. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Was war deine größte Modesünde? Ich hatte früher mal, als ich noch jünger war, einen Anzug an und dann hatte ich so lilane Socken dazu. Das ging gar nicht und da habe ich auch Ärger von meiner Mama bekommen. Aber vielleicht manchen steht es auch, aber mir stand es nicht. Welches Tier wärst du gerne? Ich wäre gerne ein Löwe, glaube ich. Die sind ruhig die meiste Zeit, aber wenn sie bellen, dann haben die anderen Tiere trotzdem Angst. Ich wäre gerne ein Löwe, glaube ich. Was war dein bestes Pflichtspiel im FC-Dress? Das war für mich gegen Arsenal in London in der Europa League, als wir zuhause gewonnen haben. 1-0, glaube ich. 1-0, das war mein bestes FC-Spiel. 1-0, das war mein bestes FC-Spiel. 1-0, das war mein bestes FC-Spiel. 2-0, das war mein bestes Pflicht. 1-0, das war mein bestes FC-Spiel. 4-0, das war mein bestes Pflicht. Untertitelung des ZDF, 2020